Unbekannter haben am Dienstagmorgen auf dem Sockel des Karl-Alexander-Denkmals am Goetheplatz ein Kunstwerk angebracht. Die großen goldenen Zahlen 1, 2 und 9 erinnern an den Werbeslogan eines Supermarktes. Bis zum Abend blieb die illegale Kunstaktion von städtischer Seite weitgehend unbemerkt. Der Sockel befindet sich seit 1907 im Eigentum der Stadt und steht auf städtischem Grund und Boden. Im vergangenen Jahr hatte das Denkmal seinen endgültigen Standort vor dem Jungkulturzentrum Monami gefunden. Nach dem Willen des Stadtrates soll auf dem Sockel jedoch keine Kunst installiert werden. Das waren die Nachrichten auf SalveTV. Weiter geht's mit dem Regionalmagazin. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.